Irgendwie glaube ich, dass es überfällig ist, diesen Panzer endlich mal zu zeigen, den Terminator 2 oder Terminator. Also ja, den Panzer eigentlich hätte ich den schon viel früher mal zeigen müssen, weil er einfach für sich sehr kurios ist und einfach doch unbedingt zeigenswert mit seinen Raketen und seiner Kanone. Also jetzt endlich ist es soweit. Bevor wir aber natürlich uns den im Spiel anschauen, wollen wir mal gucken, was ist denn der Terminator 2 überhaupt? Das ist ein Schützenpanzer, der Russen, wie man hier oben sieht. Der BMT-72, auch bekannt als Terminator 2, ist ein russischer Schützenpanzer, der 2013 zum ersten Mal vorgestellt wurde. Er erinnert seinem Vorgänger, dem BMT-Terminator, mit dem er auch die Basiswanne des T-72 teilt. Der größte Unterschied besteht darin, dass der BMT-T-72 ein reines Nachrüstmodell ist, das aus Komponenten der T-72-Serie und anderer Fahrzeuge besteht und über keine Originalteile verwöhnt. Wir haben einen Schaden von 60 bei einem Durchschlag von 201 mm. Klingt jetzt eher kurios krude. Wir schauen uns das da mal an, wie das sich so im Spiel verhält. 8.571 Schaden bei einer Nachlehrzeit von 9 Sekunden, 300 Schuss pro Minute, Trefferpunkte 2.265 und die Panzerung, naja, ist okay, aber egal. Höchstgeschwindigkeit 61 kmh, die Tarnung hat er sehr gute, so wie eine Zielerfassung. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie er sich so im PvE schlägt, weil man braucht dann doch schon so ein bisschen Hilfe, so gesehen. Aber ich tue mir möglichst das und lasse uns jetzt einfach mal den Arnold Schwarzenegger unter den Panzern auspacken und loslegen im PvE. Bis gleich. Und die Operation Albatross wurde uns zugeschustert. Die Les Avreux mussten unerwartete Kräfte zu einer anderen strategisch wichtigen Stellung abziehen und haben eine ihrer Flugblasen nahezu unbewacht gelassen. Laut Aufklärung ist eine Frachtflugzeug mit wichtigen Waffenlieferungen zu der Bahn unterwegs. Schlechtes Timing von den Avreux und eine große Chance für uns. Beubert die Basis und sichert den Flugplatz, bevor der Flieger ankommt. Hinter den Fallen daran, an die Fracht zu gelangen und vermeidet Schaden an der Flugbasis. Unsere Truppen werden sie noch nutzen können. Also wir müssen im Funkturm ordnen, das Hauptquartier, die Landebahn und die Kampfjets sollten wir auch sichern. Also ihr seht, da ist einiges zu leisten für uns. Also mal schauen, was da so passiert. Ich werde mich hier so versuchen, eher so im Hinterhalb aufzuhalten. Also ich werde jetzt nicht die Frontsau spielen, sondern einfach schon sehen, dass ich so wirken kann. Und auch mal so ein bisschen die Waffensysteme mal durchprobieren für euch. Und einfach hier mal schauen. Wir haben nämlich vier Raketen dann dabei, die alle auf den Gegner losgelassen werden können. Und da haben wir jetzt einfach mal den noch genommen. Natürlich haben die Raketen eine dementsprechend lange Nachladezeit. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. So, jetzt haben wir sie aber auch gleich wieder drin. Die können wir auch dementsprechend schnell schießen. Aber wenn er halt so steht, wie jetzt hier, dann kann da halt nichts passieren, beziehungsweise wir haben da keinen Vorteil. Wir können aber auch unsere E-Fertigkeit noch nutzen und das werden wir auch dementsprechend dann tun. So, jetzt werden wir erstmal die Basis eingenommen. Haben die Jungs gut gemacht. Und das machen wir jetzt hier mal mit dem. Jetzt haben wir den da ordentlich erwischen können. Und da komme ich gut drauf. So, der ist mir da ordentlich in den Schuss gefahren. Aber alles halb so wild funktioniert trotzdem. Also, das ist ein Panzer eher so ein bisschen zum Drollen und Supporten. Gerade aufgrund des eher überschaubaren Durchschlags. Man ist natürlich auch immer so ein bisschen an die gegebenen Möglichkeiten fixiert und gebunden. So, jetzt muss ich da mal schnellstmöglich runter. Und da komme ich jetzt schön auf den Helm drauf und kann natürlich reichlich Schaden machen. Also, wenn man dann dran steht, sieht man, der Damage ist dann schon ordentlich nice. Nur, man muss halt die Seiten bekommen, wo man halt der Panzer, der Gegner mit weniger Panzerung aufwartet. Und dann klappt es auch super. Dann kommt schon eine ganze Damage-Orgie dabei raus. Aber halt erst auch mal machen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Weil ihr seht, wir rücken in den Fokus der Gegner. Und das sollte natürlich nicht der Anspruch sein, hier da auf die vordersten Damage-Phasen zu kommen. Na, kommt schon. Also, wenn man dann mal Schaden macht, dann ist es schon ordentlich. Aber eben immer zu Lasten des eigenen HP-Pools eventuell. Aber er ist halt einfach unglaublich spaßig dabei. Hier dieses MG auszufahren. Hier 2000 Damage jetzt in kürzester Zeit auf den Thunderbolt. Der stellt sie natürlich auch prädestiniert für uns hin. Besser ging es dann da halt jetzt auch nicht. So, jetzt hat mich die Artie von hinten getroffen. Hat mein... Aber ich kann halt wirklich hier das... Man muss schon aufpassen, das prädestiniert einfach schon fast zu sehr zum Dauerfeuer von allem. Aber klappt halt auch teilweise so gar nicht. So, wir nehmen die Raketen. Dann müssen es halt die klar machen. Und dann funktioniert es auch. So, und jetzt wieder Richtung Compagnon. No, jetzt ist er hier. Ich wollte gerade den markieren. Jetzt ist er drin. Jetzt kriegen wir da auch ein bisschen Schaden angerechnet. Und vielleicht komme ich da so dran, dass ich dem Leo helfen kann, indem ich ihn hier ein bisschen in die Seite falle. Das wäre jetzt der Wunsch, den ich hier habe. Und da konnte ich dann, glaube ich, noch gut wirken. Da unten sind dann die nächsten Punkte, die verteidigt werden wollen. Und natürlich da hinten auch das Sekundärziel. Jetzt werde ich mich da mal Richtung den M1A2 Abrams orientieren. Weil auch unser Armata ist schon gut im Arsch. Und das hat funktioniert. Konnte ich unterstützen und mir auch den Kill sichern. Nee, den lass mal, der ist zu weit oder steht zu doof jetzt für uns. So, also er macht schon Spaß. Da kann man sagen, was man will. Und so ein Thunderbolt, wenn kommt, der ist natürlich eine super Damage-Piñata. Hinter mir blockt einer auf dem Wiesel. Das ist genau meine Welle. Perfekt, so ein Wiesel ist ein prädestiniertes Ziel für uns. Hinter mir noch einer. M1A2 Abrams. Der ist nicht so das tollste Ziel. Den markieren wir jetzt hier mal wieder. Nein. In den Berg gesammelt. So, meine Kette ist leider ein bisschen kaputt. Jetzt können wir weiter. So, ich muss aufpassen. Da hinten kommt nämlich ein Terminator. Den kennen wir doch sehr gut. Von uns selbst so gesehen. Der ist oben recht weich. Da kann man ganz gut hinschießen. Die Landebahn ist auch so gut wie verteidigt. So, und jetzt haben wir es schon geschafft. Also, man kann vielleicht sagen, was man will. Ob ich hier den fettesten Skill an den Tag gelegt habe, lasse ich mal dahingestellt. Aber unter dem Strich, und das ist einfach wichtig, wir haben hier ein Computerspiel und der macht verdammt viel Spaß. Also für das PvE muss man sagen, dieses Inferno an Schuss loszurattern ist super cool. Und daher kann ich sagen, ganz klaren Daumen nach oben für den Terminator 2. Gerade, wenn man auch mal seine Raketen braucht, hat man die immer gut am Start. Also wirklich ein schönes Gerät. Und die Endauswertung, es war eine sehr gute Runde. Wir haben nämlich den Bluster bekommen, die höchste Reputation und den Schützen. 20.500 Schaden gemacht und auch nochmal 18.000 erspäht. Also, da bin ich verdientermaßen auf den ersten Platz gekommen. Im Schaden auf den zweiten, aber mit dem Spähschaden, glaube ich, habe ich es dann ausgleichen können. Und natürlich, 10 Panzer mussten am Ende ihr Leben lassen. 150.000 Credits gab es dafür raus. Also, ich denke, das war eine feine Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Ekaramba.